Es kamen dann mehrere zu mir und meinten so, die haben uns dann alle erstmal beobachtet und dann meinten sie so, du bist aber schon die Alessandra. Ja, okay, kurz überlegt. Und du warst mit dem Oliver verheiratet. Ja. Und du hast jetzt mit dem Oliver einen Podcast. Ja, okay, okay, da sind sie noch mitgekommen. Und der Oliver ist aber mit dem Bruder von der Amira ebenfalls hier. Ja, okay. Der hat aber einen Podcast mit seiner Noch-Ehefrau. Ja, richtig. Und der Hima lebt beim Oliver. Ja. Und du jetzt auch. Ja, naja, jetzt nur eine Woche. Die Leute kommen nicht mehr mit. Es ist sensationell. Also die haben uns wirklich teilweise beobachtet und die Welt nicht mehr verstanden. Aber wie gesagt, es ist schon eine sehr kuriose Situation. Das kann man wohl sagen.